Ja, besten Dank. Wie sagt man das so schön? Was ist eigentlich mit den verkackten Schwanzlutschern da hinten in der letzten Reihe? Warum sehen wir euch hier vorne nicht? Wurste gar nicht. Komm hier nach der Reihe. Pass auf Leute, das ist nämlich das letzte Stück für heute Abend. Von uns. So, Schwiniec. Das war's. 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 Das war's.